So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk und ihr seht schon die Überschrift. Ich habe versucht nett zu sein, ich habe wirklich, wirklich, wirklich versucht lieb zu sein, aber was soll das denn jetzt schon wieder? In den Blackie Talks gehe ich ja meistens auf Themen ein, die mich so ein bisschen gerade beschäftigen, über die ich einfach mit euch reden möchte und euch meine Meinung erzählen möchte und natürlich auch unten in den Kommentaren eure Meinung lesen möchte. Und heute haben wir die schlichte, einfache und sehr spannende Thematik. Werden wir aktuell von dem Spielerhersteller, den wir alle so lieben, weil wir das Spiel, was er so macht oder sie so machen, so sehr lieben, werden wir von diesen Personen verarscht. Aber bevor wir anfangen, die obligatorische Seid nett zueinander unten in den Kommentaren. Bitte, bitte, bitte seid nett und ihr könnt mich gerne flamen, das ist gar kein Problem. Auch wenn andere Leute, wenn ihr seht, dass Leute mich flamen, das ist voll okay. Man darf eine andere Meinung haben. Wir sind eben in einem Land, das andere Meinungen zulässt. Gott sei Dank. Aber man sollte tatsächlich auch die Meinung anderer respektieren und dementsprechend auch meine Meinung. Gleichzeitig aber auch Leute, die anderer Meinung sind, die sollten wir genauso akzeptieren. Wie ich auf das Thema komme, ist tatsächlich ziemlich einfach. Bloomboro. Bloomboro hat ganz weirde Wellen geschlagen. Ich liebe das Set. Ich finde das Set cool. Ich mag das Set, weil es so schön cute ist. Es hat nicht wirklich viel Power drin. Mockingbird ist ganz nett. Dieses Free City ist auch ganz nett für Commander. Aber dann hört es halt auch relativ schnell auf. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, was ist denn da passiert mit den Setboostern? Wir beschreiten das Jahr 2024. Innerhalb des Jahres 2024 wurden uns die Draftbooster und die damaligen Setbooster genommen. Mit der Begründung, wir brauchen weniger Booster im Shelf, also im Regal des Händlers. Und am Ende des Tages wollen wir ja tatsächlich, dass die Leute wirklich coolen, coolen Stuff haben, damit alle Leute am Ende des Tages glücklich sind. Das war die Argumentation. Sie sind darauf eingegangen, dass wir ihnen gesagt haben, ihr habt zu viele Produkte. Ihr verkauft zu viele Produkte an die Händler, die gar nicht genug Platz haben in den Regalen, um eure 20 Millionen verschiedenen Booster-Produkte überhaupt anzubieten. Plus halt Commander Decks, plus eben Pre-Release-Kids und so weiter und so fort. Das macht Yugi besser. Sie haben einfach nur Displays und Starter-Decks-Sachen. Pokémon macht es ganz weird mit diesen großen, wirklich extrem großen Boxen, die halt wirklich irgendwie, ja, riesengroß sind und da haufenweise Platz drin verschwendet wird für irgendwelche Displaykarten, die niemand irgendjemand gebraucht hat oder sucht oder ähnliches. Dementsprechend sehr, sehr spannende Thematik mit diesen Playboostern. Wir lassen hier jetzt mal Collector-Booster außen vor. Collector-Booster sind immer ganz, ganz weird. Und vielleicht komme ich später auf sie nochmal zurück, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Das haben wir bei Blackie Talks selten. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich nachher noch Zeit finde, dann werde ich darüber auch noch gerade ein paar Worte verlieren. Nun schauen wir uns mal die Playbooster an. Die Playbooster kamen mit Car of Manor. Car of Manor war ein Set, das sehr negativ aufgenommen wurde, weil der Flavor irgendwie weird war, weil die ganzen Leute gesagt haben, wir wollen das gar nicht. Wir wollen nicht, dass es auf Ravnica spielt. Wir würden das gerne in irgendeinem neuen Kappenner oder so haben. Und damit hatten sie recht. Für Car of Manor oder so hätte es viel besser funktioniert. Man wollte halt ein Ravnica-Set haben, weil man braucht Ravnica-Sets hin und wieder mal, um Geld zu verdienen. Ähnlich wie wir jetzt Anfang nächsten Jahres ein Innistrad-Set bekommen. Wisst ihr wofür? Für das Geld verdienen. Und das ist okay. Ich habe schon oft drüber gesagt, ich bin nicht Anti-Wizards of the Coast. Eher das Gegenteil. Weil ich Companies verstehe. Und weil ich auch, wenn ich als Spieler unterwegs bin, eine Company gerade darin, dass sie Geld machen muss und möchte, immer unterstützen würde. Weil es macht Sinn. Jedes, auch eurer Local Game Store, jeder agiert nach einem Prinzip, dass er Geld verdienen muss oder sie. Weil die Menschen leben davon. Da hängen Existenzen von ab. Von diesem Kinderkarten-Spiel. Car of Manor wurde nicht gut angenommen. Aber, man muss jetzt dabei sagen, wir hatten neue Booster damit. Die Playbooster fühlten sich damals eher so ein bisschen so an, wie die Setbooster. Viele Leute im Draft haben gesagt, es ist ein weirdes Draft-Environment. Es sind nur noch 14 Karten drin, statt die 15 Karten, die wir aus den Draftboostern gewohnt waren. Und irgendwie ist das mit diesem Wild-Slot, die wir dabei hatten, mit den Special Guests oder halt den Karten von der Liste, irgendwie weird. Irgendwie finden wir das nicht gut. Und wir hatten eine große Chance, eine zweite oder sogar eine dritte Rare innerhalb der Booster zu bekommen. Das war sehr spannend, denn in den alten Setboostern war das ja auch so. In den alten Setboostern konnten wir sehr, sehr häufig eine zweite oder dritte Rare haben. Nun sind wir in der dritten Generation. Und nach dem weirden Ding, was Thunder Junction war, weil Thunder Junction hat ja diese Möglichkeit, dass man Karten da rauszieht hinten in diesem Extra-Cheat. Und dieser Extra-Cheat, muss man halt sagen, war halt dafür da, damit Leute halt sagen, hey, das, das will ich haben. Das ist ja nice. Da ist Mindbreak-Trap drin, da ist Grindstone drin. Und es hat dem Draft-Environment einen ganz, ganz herben Beigeschmack gegeben, weil es gab sehr viel Removalon im Set. Sehr viel. Aber dem Limited hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich einfach auch sagen. Und wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Brothers War. Denn auch in Brothers War hatten wir Draft und Setbooster. Und da hatten wir schon das Beste aus beiden Welten. Wirklich, das Beste aus beiden Welten. Zumindest aus meiner Sicht. Allerdings, muss ich sagen, hat es sich da schon angefühlt, dass es irgendwie weirder wurde. Gerade hinten, so ein Zusatzkarten-Slot sorgt ja meistens dafür, dass ein Set sehr devaluiert wurde. Jetzt wurden da aber auch noch die Vault-Karten reingepackt, die auch noch dafür gesorgt haben, dass Leute auf einmal irgendwelche Vault-Karten dann in Boostern und so weiter. Aber es war wirklich wild. Das sagt die Jugend doch, oder? Ich bin alter Mann. Dementsprechend wild. 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 Und dann kam Bloomberg. Mit Bloomberg haben wir in den Playboostern auf einmal weniger Prozente, ich glaube, Grüße und Shoutout geht raus an die Card Factory, den lieben Marc, der tatsächlich ein bisschen was mit den Zahlen gemacht hat. Und ich war zwar mal wieder ganz lustig, ich nehme dieses Video einen Tag, nachdem er dieses Video gepostet hat, auf. Und ich habe das Skript dafür vor zwei Tagen geschrieben. Wir denken manchmal ziemlich gleich, was die Themen angeht, auch wenn ich es versuche, nicht ganz so reißerisch zu machen. Er hat kurz mal durchgerechnet und hat gesagt, es geht darum, dass wir von 37-prozentiger Chance, das ist halt praktisch jedes zweieinhalbste Booster, wenn man jetzt ganz platt redet. Ich bin kein Mathematiker. Dann gehen wir runter auf 23 oder 26 Prozent oder sonst was, was auf diesen Boostern draufsteht. Ich habe leider keins auf der Arbeit hier, sonst würde ich es euch sagen. Weil es steht ja hinten drauf. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt stark gesunken. Und das liegt halt einfach daran, dass es A, keine Liste gibt, B, ein Flex-Slot entfernt wurde und der halt ersetzt wurde und C, ein bisschen an den Zahlen gedreht wurde. Und da muss man jetzt einfach sagen, das ist weird, denn wir sind von den Zahlen her, für die Leute, die es nicht wussten, es gab auch die Chance im Draft-Booster manchmal zwei Rares zu haben. Und wir sind von den Zahlen her mittlerweile wieder bei Draft-Boostern angekommen. Ein bisschen höher, minimals höher. Aber bei den Preisen nicht. Wir haben Draft-Booster irgendwann am Ende der Draft-Booster-Zeit, wo dann die Set-Booster eingeführt wurden, so für 3,50 Euro bis 4 Euro bekommen. Also wie jetzt lokal bei uns in Siegen. Jeder Store macht es natürlich ein bisschen anders. Manche Stores verlangen 4,50 Euro, andere versuchen für 3 oder für 2,70 Euro oder so zu dampen. Das macht jeder Store, wie er das möchte. Legt eure Zahlen da ein. Und das sind die Draft-Booster. Set-Booster sind jetzt bei 5 Euro. Statt 3,50 Euro oder 4 Euro. Das ist ein Euro mehr. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen 20-Euro-Schein habt, statt 5 Booster nur noch 4 kaufen. Ihr habt aber dieselbe Anzahl an Rares und Qualität innerhalb der Booster, die ihr vorher auch hattet, nur dass ihr jetzt mehr bezahlt. Mir ist bewusst, wir leben in einer Welt, in der das Geld immer weniger wert wird und alles teurer wird und so weiter und so fort. Das ist mir alles bewusst, keine Frage. Das ist auch kein Mimimi, böse, böse, böse. Ich finde es nur assi, wenn man nicht dazu steht. Wenn man sagt, hey, wir haben an den Boostern rumgeschraubt, nach unten geschraubt. Und wir haben das des und des und deswegen gemacht. Es wurde still und heimlich hinten auf die Booster gedruckt und es ist auch in dem Artikel, wo man die Prozente sieht, auch drin. Das ist halt crazy. Und dann finde ich es so insane, dass nur an den Playboostern rumgeschraubt wurde und die einfach schlechter gemacht wurden. Ich komme darauf nicht klar, dass man sagt, hey, die Leute am Ende der Nahrungskette, so reingerechnet im Kopf, wir lassen jetzt mal Value Booster raus, da komme ich gleich zu, die Leute, die sich halt sagen, hey, ich kaufe mir für meine 5 Euro, die ich Taschengeld bekomme, mal einen Booster. Oder die Leute, die sagen, hey, ich komme von meiner Arbeit nach Hause und kaufe mir ein Display davon, weil ich das cool finde und öffne das mit meiner Frau oder meinen Kindern. Gerade bei Bloomberg, so ein Zufall, wird es auf einmal schlechter. Das ist weird. Das ist einfach weird. Und ich bin gespannt, wie es beim nächsten Set ist, bei Duskmon, ob wir noch weiter schlechter werden, weil die Sachen sind ja jetzt schon gedruckt. Der Aufschrei, der jetzt gerade passiert, also Reddit ist voll mit dem Shit. Befreundete Händler von mir, mehrere, ich möchte jetzt keinen Namen droppen, mehrere befreundete Händler, haben mich angeschrieben und gesagt, hey, Blackie, fühlt sich das so kacke an oder sind Playbooster schlecht geworden? Andere Content-Kreaturen, Grüße gehen raus, ihr wisst ganz genau, mit wem ich meine, mit wem ich darüber geredet habe, haben mir auch geschrieben so, hey, Mark, das ist kacke. Warum fühlt sich das so kacke an? Und das liegt einfach daran, dass sie einfach schlechter die Booster gemacht haben für einen teuren Preis. Das ist Betrug. Um es böse zu sagen, das ist einfach schlimm. Also ich bin da an einem Punkt, wo ich sage, das ist wirklich problematisch und schwierig, was da passiert ist. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann wieder regelt. Weil wenn wir jetzt weiter, immer weiter Richtung der Draftbooster gehen, ja, man kann sie draften, ja, das Spielerlebnis Limited, bla bla bla. Keine Frage, ich bin nicht der große Drafter, ich liebe Sealed. Und im Sealed ist eine zweite Rare richtig geil. Oder eine dritte Rare. Richtig geil. Glaubt mir. Richtig geil. Pre-Release mit drei Rares. Geil. Deswegen lasse ich Draft jetzt mal beiseite. Ihr habt eure Meinung, das ist auch okay, dass eben das verbessert werden muss, auch für Draftspieler, keine Frage. Aber das ist ja eh von Set zu Set sehr unterschiedlich. Also Limited im Pre-Release macht mir Spaß, fast egal, welches Set es ist. Ich kenne kein Set, wo ich sagen würde, boah, das fand ich so kacke im Pre-Release. Wirklich nicht. Auf der anderen Seite, selbst die Sets, die wirklich schlecht waren, haben im Pre-Release mega Fop gemacht. Die waren mega. Ich liebe Pre-Release. Ich finde Pre-Release großartig. Natürlich sind Draftspieler auch wichtig und Draft ist ein großer Teil von Magic, keine Frage. Aber da muss man eine schöne Balance finden und die Balance kann nicht sein, wir nehmen den Leuten, die jetzt irgendwie mit 5 Euro zusammenkratzen, um sich einen Booster zu kaufen, nach einem F&M, wo sie gespielt haben, noch was weg. Eine Company sollte immer darauf achten, dass sie möglichst sich verbessert und den Leuten bessere Produkte gibt und nicht schlechtere Produkte. Das ist halt weird. Dazu kommt Value Booster. Ich rede da nur ganz kurz drüber, weil es gab einen riesen Aufschrei, es haben tausende Leute irgendwelche crazy Videos dazu gemacht, also Pleasant Kenobi und andere Leute haben da tausende Videos dazu gemacht und haben es alle nicht verstanden. Entschuldigung, das so deutlich sagen zu müssen. Value Booster sind Booster, wo Leute abgerippt werden sollen, die im Walmart einkaufen. Im amerikanischen Raum. Die wird es bei uns nicht geben, deswegen juckten sie mich nicht. Diese Repacks und diese weirden anderen Packs gibt es schon ganz lange. Diese Draft Packs, die ist manchmal, habe ich schon mal geöffnet, habe ich von GameStop geholt. Die sind halt lustig. Die gibt es halt in Amerika schon ganz lange. Aber da gibt es auch Sachen, die halt geresealte Booster, wo dann irgendeine Company hingeht und Booster resealt, haufenweise Booster ripped, die beschissenen Rares da reinballert und sagt, da sind Rares drin. Ja, aber nur der Müll. Ihr werdet, wenn ihr in Amerika seid, in Walmart Booster kauft, von diesen resealten Boostern nie was Gutes ziehen. Und da hat Wizards gesagt, das können wir auch. Und haben gereesealte, schlechte Booster verkauft jetzt. Oder verkaufen sie jetzt mit den Value Boostern. Wie gesagt, Asi-Taktik in Amerika ist mir egal. Ist mir einfach so egal. Solange es lieber uns nirgendwo im Laden sehe, ist mir das egal. Wenn doch, werde ich ein Bild davon machen und Shitstorm treiben. Weil, sorry, eine Company sollte sich verbessern und nicht schlechter werden. Und das finde ich so das Paradoxe. Weil auf der einen Seite bringen sie halt sowas raus und machen die Booster, Playbooster schlechter, die Collectorbooster, die teuren Booster, da, wo sie auch wirklich Geld dran machen. Weil, das sind zwölf Booster oder so. Die sind halt voll. Ja, die kosten ein paar Cent mehr, die Karte. Millicent. Aber die machen dann Collectorbooster, machen sie infinit viel Geld. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke so, was soll das? Wir haben jetzt serializte Karten. Wir haben nicht in jedem Set serializte Karten. Wir haben Special Foilings, wie zum Beispiel Ripple Foil oder Edged Foil. sondern viel, viel crazier. Wir haben Sets, wo es nichts Besonderes gibt. Ich meine, was? Wir haben keine serializten Karten drin in manchen Sets. Wir haben keine Ripple Foil drin. Wir haben keine Edged Foils in jedem Set. Wir haben keine crazy Foil Rainbow Carven of Souls Hedezuge Karten drin oder so. Das ist gut für die Spieler und scheiße für die Sammler. Kann ich erklären, warum. Die Sets, wo sowas drin ist, werden sehr oft auch einfach gehortet. Natürlich wird davon eine Menge aufgemacht, einfach nur um den Hedezuge oder die Wurmcoil Engine oder den Emrakul zu ziehen mit einer serialierten Nummer. Keine Frage oder im speziellen Foiling. Und die sind halt manchmal auch wirklich Geld wert. Und wenn jemand wirklich hinget, sich ein Collector Booster holt und so ein Rubbel losmacht, ja, das ist ein Rubbel los, es tut mir leid, oder so eine Lootbox, Entschuldigung, eine Lootbox öffnet, eine Real-Life Lootbox und zieht da drauf so eine 1200-Euro-Karte. GZ. Ich finde es schade, wenn keine Kamera darüber hängt. Aber ich muss dabei sagen, es ist gut, dass sie es nicht überall übertreiben für, 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 für alles. Weil when everything is special, nothing is. Das tut den Sets, wo nichts drin ist, wie zum Beispiel Bloomberg, nicht gut. Weil warum sollte ich einen Bloomberg Collector Booster kaufen? Da kann ich halt nicht dieses rubbellos Lootbox Ding aufmachen. Das ist halt rein psychologisch her, würde ich ja immer noch dazu übergehen, würde ein Marsch der Maschinen Collector Booster öffnen. Nicht Aftermath. Aftermath ist Schmutz. Auch gutes Beispiel. Aftermath war keine serializede Karten drin. Sie haben das Special Foiling, das sie in Marsch der Maschinen eingeführt haben, mit den Füßen getreten und noch ein Edged Foiling hinten dran geknallt und ja, es war nichts mehr wert. Und den Sets tut es dann weh, dass die anderen so viel besser laufen. Und an den Collector Boostern wird nicht rumgeschraubt. Es hindert mich, ich habe ja Lehramt studiert, für die Leute, die es nicht wissen, es hindert mich so ein bisschen an die ganzen Reformen, die wir so haben, die ganzen Schulreformen, wo alles angepackt wird. Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Grundschule, aber das Gymnasium, das nicht, weil da sind ja die Eliten so, das möchte man nicht, mit denen möchte man sich nicht anlegen. Sorry. John Cena, you can't see me. Das ist halt weird und in so einer Welt leben wir leider. So, Value Booster, Schrott. Play Booster werden immer, immer, immer schlechter. Collector Booster bleiben gleich, sind aber auch bockteuer. So, jetzt schauen wir uns den Rest der Produktpalette an, weil auf das hat es Auswirkungen. Ich sage immer, ich liebe Bundle. Ich finde diesen ganzen FOMO-Kram jetzt, der gerade abläuft, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Duskmon hat so ein Special Bundle, wie damals All Baby One und alle Leute sagen, Oh, All Baby One, das ist voll teuer geworden. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich muss mir das holen. Ich muss das kaufen. Ich muss das kaufen. Kaufen. Sind wir mal ehrlich? Nee, musst du nicht. Nee, musst du einfach nicht. Aber da gibt es gerade so eine FOMO, also eine Fear of Missing Out, weil Leute sagen, das könnte jetzt teuer werden, das ist doch cool, dann kann ich dieses Special Bundle mir nicht mehr kaufen. Dann ist das so. Aber auch diese Bundle werden davon beeinflusst, weil ich sage immer wieder, es ist ganz cool, so ein Bundle zu haben, wo so zwischen sechs und neun Play Booster drin sind oder Beyond Booster oder irgendwelche anderen Booster. Beyond und Epilog Booster, wie gesagt, habe ich mal rausgenommen. Darüber habe ich letzte Woche ein Blackie erklärt gemacht, was ich cooler finde und warum ich die beide Booster eigentlich ganz cool finde. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich gerade so ein bisschen drüber rante, wie schlecht sie doch gerade mit den Playbooster umgehen. Und diese Bundle öffne ich dann und ziehe dann vielleicht eine oder zwei teurere oder coolere Karten raus und dann hat sich das Bundle für mich rentiert, weil ich eben kein 130 Euro Display kaufe. Insane. Sondern eben nur ein 40 Euro Bundle oder ein 50 Euro Bundle, je nachdem. Und das ist schon ein Unterschied. Und das ist schon ein großer Unterschied, der sehr viel ausmacht. Wenn wir jetzt aber hingehen und auch die anderen Möglichkeiten, die wir haben, eben mal mit einbeziehen, wie zum Beispiel auch Pre-Release Packs. Das Pre-Release wird dadurch deutlich schwächer und schlechter, meiner Meinung nach. Leute sollen doch ein cooles Booster ziehen mit drei Rears und dann irgendwie Nebenbandfragen sagen, Judge, ich habe drei Booster im, drei Rears im Booster und dann soll der Judge sagen, GZ, das ist cool. Wenn du rausgehst, kauf dir nochmal vier, fünf Stück. Das ist doch euer Plan. Ich meine, Ursatz kann eh nicht mit Judges umgehen. Ja, also das nirgendwo. In Deutschland nicht und sonst auch nirgendwo. Das ist, immer noch meiner Meinung nach ein ganz großes Manko, dass wir einfach nur als komische Regel dargestellt werden, statt Positive Environment zu fostern, was wir einfach tun. Anderes Thema. Jetzt haben wir schlechtere Bundle, schlechtere Pre-Release Kits und dann haben wir noch die Command-Adix. Da habe ich oft genug drüber gerantet, die nehmen wir und schieben sie woanders hin. Ganz weit weg. Da habe ich schon zu oft über das Thema geredet. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben damit die normale Booster-Produkt-Palette abgegriffen und überlegen dann, auf wen fällt es denn zurück? Auf wen fällt denn dieses schlechte Produkt zurück? Auf wen? Richtig. Auf Local Game Stores. Die kriegen dafür ins Gesicht. Die werden dafür angemeckert. Weil bei denen liegt es dann rum. Niemand kauft bei den Local Game Stores schlechte Booster. Das hatten wir schon so oft. Dragon's Maze. Gutes Beispiel dafür. Oath of the Gatewatch. Gutes Beispiel auch. Da sehe ich heute noch Booster bei den Leuten rumfliegen. Es ist insane. Weil halt niemand diese schlechten Booster kauft. Und wer kann das verbessern? Nicht die Stores, nicht die Distributoren. Nur Wizards. Und dann sollten sie vielleicht, wenn sie ein Set haben, wo die Rares allesamt nicht so stark sind, nicht auch noch damit geizen. Das finde ich schwierig. Auf der anderen Seite machen sie dann sowas Geiles wie Mystery Booster 2. Insane. Ich liebe Mystery Booster. Mystery Booster sind der absolute Wahnsinn. Ich liebe die Playtest Karten. Ich liebe das, dass sie einfach wieder dieses Chaos Draft rausziehen. Das ist so geil. Ich finde es scheiße, dass es schon wieder nicht zu Local Game Stores kommen soll. Den Fehler hatten wir doch schon. Den hatten wir 2019, 2020. Und da wurde man hart gepanischt durch das große C. Und jetzt macht man denselben Fehler wieder. Ich verstehe, dass man es so ein bisschen für die Magic Cons und für die coolen Events so ein bisschen vorhalten möchte, dass Spieler da auch was haben, worauf sie sich freuen können. Wie zum Beispiel das Gavin Roy Unknown Event, was ja sehr wahrscheinlich damit ersetzt wird. Aber warum kann man denn nicht auch eine Retail-Version davon machen? Warum muss man das denn über Secret Lair Festival in the Box Festival in the Box verkaufen? für 300, 400 Euro. Ich kenne den Preis noch nicht, keine Sorge. Kann auch sein, dass es teurer oder günstiger ist. Aber warum muss man denn das machen? Das ist schade, weil das wieder die Local Game Stores bestraft. Mystery Booster im Store zu draften war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Nur noch übertroffen von dem Chaos Sealed, was Wizard of the Coast damals gemacht hat mit Love Your Local Game Store, wo sie eine Kahn Playmat und diese Kahn Pins rausgegeben haben. Das war noch übertroffen, weil das war richtig cool. Chaos Draft dementsprechend auch mega. Aber das dann zu limitieren und zu sagen, das geht nur auf Magic Fest, das geht halt nicht. Das ist ja Quatsch. Sie bringen gute Booster, coole Sachen, wo halt krasse Sachen wie Uro, Wasteland, Show & Tell so Kartenbanger drin sind, bringen dann geile Playtest-Karten raus, die halt irgendwelche Commander-Leute oder irgendwelche Sammler oder Cuber oder sonst was einfach haben wollen und schaffen es dann nicht, das im Local Game Store vertreiben, sondern sie vertreiben die schlechter werdenden Playbooster da. Das macht mich wütend, weil ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, hey, ich mache mal ein Produkt schlechter, das über den Backbone, ja, Local Game Stores sind das Rückgrat von Magic, schon immer gewesen, hinwegzieht und sagt, mi, 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 ihr kriegt nix und kann auf der anderen Seite das Produkt, was sie bekommen, schlechter machen. Mystery Booster 2 wird genau wie Mystery Booster 1 sowohl Convention Edition wie auch die erste Convention Edition wie auch die Retail-Version, also die Local Game Store Edition, wo die Playtest-Karten gegen Vollkarten ausgetauscht wurden, das wird ein Erfolg. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das wird crazy. Warum das dann raushalten? Secret Lair, ähnliches Beispiel. Local Game Stores haben bisher die Möglichkeit gehabt, drei, ich glaube drei, nee, doch, drei Secret Lairs zu bekommen. Enemy Fetchland, wo sie ein halbes Jahr später danach reprintet wurden und deshalb die Version aus den Z nichts wert ist und die Leute haben das halt wirklich für Geld eingekauft. Dann Pathways, die halt nichts mehr kosten, like, what the freaking, das kostet nichts mehr und da gab es ein Secret Lair zu, wo alle zehn drin sind, was auch 100 Euro kosten sollte, was ein insaneer Preis ist. Und dann dieses All-Calling Hydra-Heads, das war ganz okay. Und es gab so ein Weihnachts-April-Fool mal irgendwann, was die zugeschickt bekommen haben. Aber am Ende des Tages haben wir für uns als Endkonsumenten, denen es ja egal ist, ob es über einen Local Game Store kommt oder über Wizards, wenig Möglichkeiten an die Mystery Booster 2 ranzukommen, was die guten Produkte sind und müssen damit leben, dass wir, die jetzt nicht einfach mal so irgendwo hinfahren können, die nur im Local Game Store spielen, die Local Heroes, dass wir schlechtere Playbooster bekommen. Und ich hoffe so, dass das in Duskmon sich ändert. Ich hoffe so, dass in Duskmon bessere Playbooster wieder da sind. Oder wir ganz, ganz schnell von dem Playbooster-System abkommen. Weil es ist halt so schlecht, dass es so weird und so schlecht gemacht wird. Das ist so schade. Wirklich schade. Weil es wird halt alles teurer. Beyond Booster, ich habe es auch schon so oft gesagt, die sind einfach zu teuer. Die kosten 2-3 Euro zu viel. Und dann ist es ja nicht so, als dass wir das jetzt gerade embracen können. Wir können jetzt nicht sagen, hey, okay, wir haben genug Bloomboro gesehen. Wir machen jetzt die Displays auf. Wir haben genug Spoiler gesehen. Wir machen jetzt die Displays auf. Wir freuen uns anhand der Karten und probieren aus, was geht und Draften das. Und nächste Woche machen wir ein Sealed und danach die Woche spielen wir mal so eine Runde Standard. Nee, wir haben in drei Wochen schon wieder ein neues Set geführt. Gezellt in sechs Wochen. What? Und wie gesagt, wir kriegen schlechtere Produkte. Magic-Produkte werden immer schlechter. Nicht nur qualitativ. Also, dass die Pappe, auf der das gedruckt wird, immer schlechter wird. Und manchmal bis zu dem Punkt, wie es zum Beispiel bei Merodin war, so schlecht ist, dass sie ganz hart zurückrudern müssen und crazy gute Pappe benutzen müssen und dann ganz langsam sich wieder kaputt sparen. Wir sind gerade an dem Punkt, wo es kurz davor ist, dass es kollapst und wir wieder neue, gute Pappe haben müssen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von der Qualität, nicht von dem, es gibt Fake-Hersteller, die bessere Magic-Karten drucken als Wizard of the Coast. Das ist halt insane. Aber die Qualität der Produkte, die wir bekommen, nimmt halt ab. Commander Decks sind immer die gleichen Commander Decks. Bloomberg war jetzt was Neues, muss ich sagen, ich bin ja fair, die waren cool, weil wir halt nochmal was langes hatten. Und auch bei X-Alan zum Beispiel gab es ein Aristocrats-Deck. Sie haben sich an Aristocrats herangetraut. Das war insane. Aber wenn ich schon wieder einen grün-weiß-X-Enchantment-Deck sehe, muss ich brechen. Wenn ich die Land-Base sehe, die Robin und ich bei uns im Podcast, Radio Raffnicker, könnt ihr mal reinhören, ein guter Podcast. Da hört ihr mehr von mir talken und ich rede mit Robin da, der auch noch eine andere Meinung hat, was ganz spannend oftmals ist. Könnt ihr mal gerne reingucken, Game Rear auf dem Channel kommt der Podcast. Wir sind seit Jahren die Mana-Basis am beschweren, uns am beschweren darüber. Seit Jahren. Und es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Länder sind halt so teuer, deswegen können die nicht reprinten. Doch, können sie. Aber die Leute kaufen es ja trotzdem. Warum sollten wir was verbessern, wenn Leute es kaufen? Können ja noch schauen, wie wir es kaputt sparen können und noch schlechter machen können? Das, das wollen wir. Mehr Geld sparen und den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Und das ist halt was, was wirklich, wirklich kacke ist. Und gefühlt haben wir aber keine andere Wahl, als es hinzunehmen. Und jetzt kommen noch irgendwelche Local Heroes raus, die dann sagen, ja, Blacky, da ist eine ganz einfache Lösung, wenn die Booster schlechter werden. Kauf keine Booster, kauf Singles, Einzelkarten, kauf Einzelkarten. Ihr habt die Ökonomie, wie viele Blacky Talks muss ich noch machen darüber, dass Einzelkarten aus irgendeinem Booster kommen müssen? Wie oft muss ich das noch erklären, dass das eine hirnrissige, dumme Meinung ist, die nicht funktioniert, weil ihr irgendwelche anderen Leute dafür bezahlen lasst, damit ihr nicht die Booster öffnet, weil irgendwer muss sie öffnen. Kurzer Rant an der Stelle, weiß nicht, wie lange ich das noch predigen muss, bis Leute das verstehen, dass nicht die Lösung sein kann, dass wir keine Produkte mehr kaufen. Weil wenn es niemand macht, kommen wir auch nicht weiter. Dann ist die Ökonomie tot. Dann funktioniert das System nicht. Und damit Leute das machen, müssen Booster wieder besser werden. Und ich hoffe und bete dafür, dass die Produkte, die wir haben, weil damit ja auch Bundle, Displays, Pre-Release-Kits schlechter werden, dass wir aufhören, an den Playboostern sie schlechter zu drehen. Sie haben schon einen sehr schlechten Ruf. Playbooster haben einen richtig miesen Ruf. Thunder Junction, meh. Call of Manor, meh. Und jetzt Bloomberg. Meh. Ich rede nicht von den Sets. Ich rede davon, was wir bekommen. Und es wird immer schlechter. Playbooster werden immer schlechter aktuell. Und dasselbe Phänomen hatten wir ja tatsächlich mit den Setboostern. Setbooster haben sehr, sehr schwach angefangen. Deswegen habe ich das noch komplett vergeben, als die ersten Setbooster in Call of Manor nicht gut waren. Die ersten Playbooster. Weil ich halt mich zurückerinnert habe an Zeneca Rising. Das sind ganz, ganz, ganz schlechte Setbooster. Die sind gruselig. Aber danach wurden sie besser. Mit jedem Set wurden Setbooster besser. Mehr Value. Die Liste wurde geedit. Es wurden crazy, lustige Kartenslots reingefügt. Es wurden irgendwelches Secret Layer Universe Within Karten eingeprintet. Es war eine schöne Zeit, weil sie immer besser wurden. Und diesen Weg sehe ich aktuell nicht. Aktuell fühlt es sich an, als ob Playbooster immer schlechter werden. Immer schlechter. Und das macht mich traurig. weil ich nicht für die großen Wale spreche, die irgendwie tausende Collector Displays aufmachen. Ich nicht für irgendwelche im komplett Leben gestandenen Männer, die irgendwie 20 Displays oder zwei Displays oder so pro Set öffnen. Ich rede für Leute, die am Ende der Nahrungskette sind. Die nicht so viel in Magic investieren können oder wollen. Die sich ein Bundle mal leisten. Und nicht zu jedem Set, sondern mal zu einem Set. Und die dann noch abgerippt werden. Das finde ich schade. Und das finde ich nicht cool. Natürlich muss man hierbei immer bedenken, das kann auch sein, dass Wizard of Coast das gar nicht möchte, sondern eben von Hasbro das kommt, was eben der Mutterkonzern ist, keine Frage. Oftmals sind solche Kritiken ja immer an die nächste Person gerichtet, wie zum Beispiel vom Consumer an den Local Game Store, vom Local Game Store an seine Judges, von den Judges an Wizard, von dem Local Game Store an den Distributor, von Distributor an Wizard, von Wizard an Hasbro. Und da zeigt man immer auf andere. Es kann auch sein, dass es hierbei so ist, dass jemand anders Schuld daran hat. Aber mir ist egal, wer Schuld daran hat. Mir ist egal, wer sagt, nee, aber der ist der Böse und ich will das gar nicht. Dann ändere was. Dann setz dich dafür ein, was zu ändern. Dafür seid ihr in der Pflicht. Das ist eure Pflicht, unsere Pflicht, sowas nicht hinzunehmen. Wie gesagt, Bloomberg ist ein wunderschönes Set. Es hat wirklich so viele Leute zurück zu Magic gebracht. So viele Leute in Magic einsteigen lassen. Das war wunderbar. Warum man bei so einem Set dann anfängt, die Rares runter zu cutten, das verstehe ich nicht. Außer man will einfach generell die Playbooster immer immer schlechter machen. Und dann frage ich mich, warum man sie eingeführt hat. Wenn man sie nicht stärken will, wenn man nicht das Beste aus diesen Boostern rausholen möchte, das Beste aus Draft und Set Booster vereint, warum macht man die überhaupt? Das werde ich nicht verstehen. Ich hoffe, ihr konntet meiner Argumentation ein bisschen folgen, ich wie gesagt, ich habe nicht so viele Fakten hinterlegen, sondern wer darin jetzt schuld ist und so weiter, ich kann nur euch sagen, ihr werdet in Bloomberg weniger Rares ziehen wie in anderen Sets. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Mathematik und von Wizards auf der Rückseite zugegeben. Und es ist schade für uns alle. Und wenn die Produkte weiter schlechter werden, wir auf einmal doch Value Booster in Europa bekommen, Set Decks sich nicht weiter entwickeln mit dem Zahn der Zeit und da immer noch irgendwelche Vivids und Tempel drin werden, dann weiß ich nicht, wie das enden wird. Und das macht mich sehr traurig. Ich liebe das Spiel, ich kenne so viele Menschen, die bei Wizards of Coast schon gearbeitet haben, gerade Wizards Deutschland, die alle super lieb sind, alle super nett sind, tun und was sie nur können, die wirklich ihr Handwerk verstehen, aber irgendwer ganz weit oben setzt da ganz ganz wilde Schienen. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren. Seid freundlich zueinander, seid nett zueinander, das ist ein wildes Thema und jeder hat da seine eigene Meinung, aber auch nicht nur zueinander, sondern auch, ich will da jetzt keine Hate-Lyrics gegenüber Wizard of the Coast oder sowas leben. Das habe ich hier in dem Video schon genug gemacht und ja, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Meinungen habt, könnt ihr die gerne äußern, bitte werdet nicht beleidigt. An dieser Stelle einmal nochmal der Hinweis, ich besitze Patreon, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Auf Patreon selber bin ich nicht ganz so krass aktiv, es geht da wirklich mehr darum, mir Unterstützung zukommen zu lassen. Ihr könnt mir aber auf Patreon gerne schreiben, auf Patreon antworte ich wirklich schnell zurück und wirklich viel zurück. Instagram, Facebook, YouTube und so weiter antworte ich auch meistens, wenn ich es schaffe, aber gerade Instagram wird überschwemmt mit Nachrichten, dass ich das teilweise gar nicht mehr sehe, was da passiert. Es tut mir leid, wenn ihr mir geschrieben habt und ich nicht geantwortet habe. Das ist einfach zu viel und das ist auch bei YouTube mittlerweile, bei den Kommentaren, ist es mittlerweile so viel, dass ich das ein bisschen runtergeschraubt habe und gesagt habe, ich versuche so viel ich kann und den Rest der Zeit werde ich tatsächlich auf Patreon verbringen und ja, wie gesagt, ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen, wie diese coolen Leute, die hier drin sind, die ab dem Supporter-Tier dann auch genannt werden, ab dem Thalia-Tier, bekommt ihr noch eine Kleinigkeit zugeschickt und ja, wir hatten eine coole Aktion mit Shirts, vielleicht werde ich davon noch die ein oder andere Shirt-Sache noch posten auf Instagram, die sind cool gelaufen, ich hoffe, das sind alle ganz glücklich und alle passen und ja, ich bin am Merch dran, keine Sorge, ich bin da dran. Wenn ihr das nicht könnt oder wenn ihr das nicht wollt finanziell, Daumen nach oben, liken, abonnieren, comment dalassen, irgendjemanden, wenn ihr in irgendwelchen Gruppen seid, in irgendwelchen Commander-Gruppen, Legacy-Gruppen oder sonst was oder eine Gruppe, die halt irgendwie viel draftet oder Booster öffnet oder wo sich jemand schon mal gefragt hat, warum die Booster jetzt schlechter werden, postet doch dieses Video, zeigt ihn doch, zeigt, zeigt, zeigt meine Meinung und eure Meinung darin, dass ihr das Video teilt. An die Großmutter, den Großvater, den Urenkel und alle. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Belexit. Ciao, ciao.